Meine Nummer drei von den Dingen, die ich in Rio erleben möchte, beziehungsweise die Nummer drei ist eine Sache, die ich nicht erleben möchte und zwar mich vom Zika-Virus anstecken zu lassen. Ich habe zwar gehört, die Gefahr ist deutlich geringer geworden, weil es nicht mehr so warm ist, weniger Mücken unterwegs sind, aber dennoch muss das jetzt nicht unbedingt sein. Die Nummer zwei, die ich in Rio erleben möchte, ist mindestens der Silbermedaillengewinn mit der Mannschaft. Das ist unser Ziel. Gegen China zu gewinnen, ist nicht vermessen, aber sehr schwierig möglich. Aber auch Silber zu holen, ist schon ein hochgestecktes Ziel, aber ich glaube schon, wenn wir alle gut drauf sind, dass wir es packen können. Und die Nummer eins, wie nicht anders zu erwarten, ist für mich natürlich auch dieser Medaillengewinn im Einzel, wird auch ein hartes Brett. Aber ich glaube schon noch, wenn ich bei 100 Prozent bin, dass ich immer noch fast alle Spieler schlagen kann. Malang ist vielleicht momentan fast außer Reichweite, aber eigentlich für alle. Aber gegen alle anderen sehe ich mich gar nicht mehr als so deutlicher Außenseiter. Und bin ganz gut drauf und hoffe, dass es diesmal einfach klappt. Bis zum nächsten Mal.